hallo leute und willkommen zu einer neuen folge minecraft malo es wird auch wieder Zeit dass ich eine minecraft malo folge aufnehmen aber ich hatte einfach gerade bock und es ist Slaytube auf dem server da wollte ich mich gerade fast schon töten und habe ich denn gerade eine Paddy bekommen oder nicht und ich schaue jetzt einfach mal das ganze an alles halt was sie schon gebaut haben und so lol kurz geleckt das ist das Haus von wem ja das wüsste ich gerne ich weiß es aber nicht okay ja das habe ich schon in der folge von Slaytube gesehen ich glaube das hat er gebaut oder so nein ich habe keine Entferne die Höhle des Tigers aka Tigerfull nicht betreten okay dann mache ich das mal lieber nicht und da ist Slaytube er tötet mich sicher noch lol ich nehme mal den Ofen mit einfach weil ich es kann so okay ich will jetzt mal sagen ich gehe zu meinem Haus und ziehe jetzt um glaube ich weil ich habe so ein hässliches Haus und in dem Haus würde ich nicht länger wohnen okay ähm ja ich glaube ich habe sogar noch ein paar Dias oder so ist meine Rüstung okay ja die geht noch weil ich bin ja von dem Creeper gestorben aber die Folgen sind leider verschwunden aber das ist ja jetzt egal ich renne jetzt schnell zu meinem Haus hin wenn ich das so finde okay da ist irgendwas passiert und ich will eine Falle bauen ähm für Slaytube der mich gerade fast getötet hat er wollte mich töten wenn ich nicht weggelaufen wäre und das zahle ich ihm jetzt heim aber er wird nicht dann sterben oder glaube ich zumindest oder doch ich schau mal was ich machen kann alles sind noch Sachen das Regelwerk okay na gut und da ist mein schönes Haus mitten im Baum ja gut mein schönes Haus wendet wer was rausgenommen hat alter ich spiel nicht mehr aber ich hoffe mal nicht nein okay alles noch da nice so wichtig sind jetzt mit Federn ja das braucht man da noch die Öfen mit Cola den Kessel nehme ich einfach mal mit lol das sieht ja ganz anders aus ja egal ähm ähm ne das Eisen will ich behalten eigentlich so bau ich den Baum ab mit die wiederholzer weil ich hab so gut wie Nullhals glaub ich zumindest ja sieht so aus ja komm schwarzen Pfeffer brauche ich zumindest schon mal Reds dann auch und das nehmen wir noch mit die Zielen sind auch und noch Closed on ja Fackeln brauche ich jetzt nicht so dringend aber habe ich da alles ja ich habe eigentlich so gut alles sonst kann ich hier nochmal zurückkommen aber ich glaube ich komme lieber nicht zurück weil das Haus aber nur hesslich sieht man ja das ist ein Blockhaus und irgendwie Blockhäuser sind richtig hässlich meiner Meinung nach jedenfalls ich glaube ich ziehe auch da irgendwo rüber so Slay-Type und so aber wie der einfach schon voll dir hat ne schon ein bisschen hart finde ich zumindest so ein bisschen hart voll dir zu haben Mr. Slay ist auch grad auf dem Server okay stay dann schaue ich mal zu ihm rüber wenn er da drüben ist dann frage ich ob ich mich auch da irgendwo hinbauen kann okay laden komm what the fuck hat hinten nicht zugewordt okay ich schaue mal nach hinten ich baue den Baum ab ich baue ein bisschen Holz aber das kann jetzt ein bisschen dauern aber ich baue nicht die ganze Nacht ich habe ihn nie hoffentlich angefangen ist das ein Pilz? ja essen habe ich eigentlich genug habe ich mir von von keine Ahnung wegen geholt weiß ich nicht wer da drüben wohnt aber ist ja egal muss sicher nicht so genau wissen war da gerade wer? ich weiß es nicht ich baue mich mal mein Holz hoch ich baue so viel Holz ab bis meine Achse kaputt ist so ja okay die ist eh gleich kaputt so ja es ist gut villager zombie okay wo kommt der her 37 Holz ja gut da können wir schon mal ein kleines Haus bauen ich würde sagen wir bauen uns irgendwo im Wasser oder so hin irgendwie im Wasser so ein Haus wäre schon nice aber ist halt ein bisschen viel Arbeit wegen dem Sand und so ja gut ich glaube da oben wäre auch nicht so schlecht kann man da hoch? okay nice das hätte nice gemacht muss ich echt sagen okay lol nice pferd ps frosty woher hat der? okay naja gut vielleicht brauche ich mein Haus da irgendwo hin kommt davon ich weiß es noch nicht ich könnte mir auch ein Blätterhaus bauen aber irgendwie hm ich weiß nicht ob das so bockt naja gut ich fange jetzt mein Haus glaube ich irgendwo da an im Wasser im Wasser im Wasser war aber auch nicht schlecht das Problem am Wasser ist halt man kommt immer so schwer hin und so sind die überhaupt schon fertig? ja ja ich gucke mich nicht wenn die gehören sorry aber ist so ich nehme den Schwert ich bin ein kleiner Schnorrer da ist ein Brunnen und da müsste ja eine wilde Luft brauchen ne muss sein ich kann mir aber auch ein Sandhaus bauen oder aus Sandsteinen meine ich das würde irgendwie bocken und ja ich würde jetzt einfach mal sagen ich beende hier jetzt die Folge weil wenn ich zu lange Folge mache dann schaue ich das irgendwie keine Ahnung also würde ich sagen ich beende hier mal eine Folge und ich hoffe euch hat es gefallen das ist eine positive Bewertung da und haut rein tschüss